Zu Beginn habe ich selbst auf Kleidung nicht viel geachtet, also zu Beginn meiner Selbstständigkeit vor acht Jahren und habe natürlich gerne gute Schuhe getragen und hier mal ein cooles Hemd an mir geholt oder hier mal ein cooles Sakko geholt und für einen besonderen Bühnenauftritt habe ich auch immer wieder mir das eine oder andere rausgelassen und darauf geachtet, dass ich gut aussehe. Nur sonst, keine Ahnung, ich habe weder auf eine Drei-Farben-Regel geachtet, noch darauf, ob ich jetzt drei Brauntöne miteinander vermischen darf oder nicht. Wenn ich Lust hatte, das anzuziehen, habe ich es halt angezogen. Es kam dann so ein bisschen der Wandel 2020, als ich gemerkt habe, dass ich mehr Geschmack einfach an schönen Sachen gefunden habe. An schönen Hemden, an schönen Polos, an schönen Anzügen, an noch schöneren Schuhen oder Hosen oder Ähnlichem und das war dann so der ausschlaggebende Grund für mich zu sagen, hey, ich gebe mehr Geld aus bei einem Hergen-Ausstatter und suche mir mal ein paar richtig coole Läden, wo ich schöne Sachen finde, die ich auch gut miteinander kombinieren kann und auch darauf achte und hole mir auch mal ein bisschen Expertenmeinung dazu, also in den Hergen-Ausstattern dann, hey, was passt wie miteinander zusammen, was kann ich kombinieren, wie sieht das aus. Der Effekt, den ich daraus verspürt habe, ist definitiv, dass ich anders wahrgenommen werde. Ich werde älter, reifer wahrgenommen, ich werde schöner wahrgenommen, ich kriege häufiger Komplimente natürlich auch zu dem, wie ich aussehe oder ich merke auch, dass Leute entweder auch mal manchmal ein bisschen eingeschüchterter sind davon oder begeisterter sind davon, als wenn ich jetzt nur ganz casual auftrete. Und ich bin auch der Meinung, dass du, wenn du in einer bestimmten Branche positioniert bist, wo Menschen gewohnt sind, Anzug zu tragen, wo Menschen gewohnt sind, eine schöne Uhr zu tragen, wo Menschen gewohnt sind, ein schönes Auto zu fahren und entsprechend auf ihr Äußeres zu achten, dass du das auch tun solltest, weil Gleiches zieht Gleiches an, Gleiches kauft gerne von Gleichem und deshalb solltest du dich da auch anpassen. Es ist aber in vielen Branchen halt nicht notwendig. Wenn du mit Softwarefirmen zusammenarbeitest, dann wirst du die ganz selten in einem Anzug zum Beispiel sehen. Wenn du mit Autowerkstätten zusammenarbeitest, genauso wenig. Wenn du jetzt eher mit einem Autohändler arbeitest, dann schauen. Die Verkäufer tragen im Regelfall, sehen die sportlich leger aus, tragen vielleicht einen Anzug, Versicherungen genauso, Immobilienmakler, Anwälte und so weiter. Die achten da dann auch schon viel mehr darauf. Deshalb mein konkreter Tipp, kleide dich so, wie sich deine Zielgruppe auch kleidet, damit du ins Schema passt. Ja, damit sie dich auch annehmen, damit sie dich auch wahrnehmen. Und wenn du gerne dich schön anziehst, egal in welcher Branche du tätig bist, dann mach das auch zu 100 Prozent. Ich bin auch der Meinung, dass wenn du einen Anzug trägst oder zumindest einfach nur eine schöne Hose, ein Hemd an hast oder ein Polo an hast, dass du deutlich ernster genommen wirst, dass du auch deutlich höhere Preise abrufen kannst und deutlich einfacher ist auch in einem Gespräch nachher hast, als wenn du jetzt in einem Blaumann zum Beispiel auftauchst oder in Jogginghosen oder ähnlichem. Da passiert nämlich genau der gegenteilige Effekt.